hey leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge mit kai mark 2 und andere ich bin ender games auf ender und jetzt schon hunger kann man sich mal ein schwert machen ich sage jetzt schon mal hier sehr viel wasser mit double jump war es ja wenigstens noch lustig auf dem links sind sachen ich habe einfach einen bogen und habe breitst und soll ich von redstone schaltung das redstone ja freude 30 sekunden und er kann mich hinten ich finde keine chest bennie ich werde jetzt schon übelst hunger ich gehe nicht in höhenrein wir haben auf der anderen seite runtergesprungen wo ist bennie hin und sie getauscht bennie also eine ender perle also bei mir ist er nicht nicht bei mir ist er aber ich bin keine chest pvp geht los ich kann aber schon nicht mehr sprinten gg kx machen definitiv nicht satt ich brauche heute um den goldschwert zu machen wie peinlich ich brauche holz um den eisenschwert zu machen ich habe keine ender chest bennie nein was macht bennie und ich bin ich nicht ich habe so ein kit genommen dass ich unsichtbar bin wenn ich sneaker oder soja wenn es nichts ich habe ein goldschwert um mich erst mal zu verteidigen ja gut ich finde keine chest was lustig ja man könnte sich einfach chest machen dann ist das darf drin jo fuck ja gut 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 nein bei lieb kommt schon bei den eid bei der rei weil die legt wenn ich bitte kommen es war nicht viel alter das ist bei mir auch vorgelegt ja das stadt der stand bild so du hast gestanden das ist nicht fair er tut hey ich habe aber ich habe volles internet ihr trotzdem was zugelegt das ist nicht fair der server 491 blöcke entfernt btf so was von hart ich bin ich bin ich bin hier passiert und ich bin so zugeben ich bin ich bin ich bin ich bin ich empfehle ich sogar hier erfreut das Internet ich back mich nur die ganze Zeit machst du es ja ich bin auch die Gäste ich muss in den Chat schreiben in den Internet gehört war blablabla und startet er ist ich kann was im Chat schreiben schreibt du mal am Schiffen weil ich mir auch trotz Wasser springen wo auch drin er kann warum 3 er ist unfair kann schlägt mich bestimmt doch gar nicht wenn ich bin bei 190 350 und du Digga, wie das ist. Benni, das ist einfach so hart am Backen. Die Map ist zu groß, Finn, eindeutig. Das geht. Vor allem Benni hat mich einfach getötet. Sein Teampartner. Was ist denn das für ein Scheiß, bitte? Er muss da. Benni wird noch Team können. Stimmt, das ist natürlich verlaufen. Ja, Mann, wo ist der denn? Auf der anderen Seite der Map. Keine Ahnung, Alter. Jetzt auf der Komplettzeit an der anderen Seite der Map. Hast du ein Schweine überhaupt damage? Hm, nein. Die Benni sich einfach davon laggt. Ich freue mich schon auf den Kampf. Ja, richtig lag, viel Spaß. 1.1931 Blocks? Ja, ich bin in die komplett andere Richtung gegangen. Benni, laufen wir in deine andere Richtung. Oh, hi, Fynn. ich hab kein essen ich habe auch kein essen wo bist du wo gehst du fährst du lang ja ich glaube ich habe die rechte nicht dazu was ist die hier stp hier unterstrich benny dieser spieler ist nicht online ich habe kein essen zu essen und endlich hin alter jetzt bin ich vergiftet ja ich habe das für den lehrt sich einfach zu tode ich gehe jetzt auf den server ich lege da total scheiße guck mal das war's mit der folge lassen like und auch ich hoffe nicht mal vorbei bis zum nächsten mal